Mein Posteingang ist serverseitig limitiert. Ich bekomme aber oft sehr viele Mails mit sehr großen Anhängen. Damit mein Posteingang nicht überläuft, muss ich das irgendwie löschen. Jetzt würde ich aber gerne, nachdem ich den Anhang gespeichert habe, die Mail selbst, die ja nicht viel Platz braucht, gerne stehen lassen, damit ich da die Historie in meinem Posteingang habe. Ich würde jetzt gerne aus der Mail nur den Anhang rauslöschen, die Mail selbst aber behalten. Ist das machbar? Das ist kein Problem. Du kannst die Anlage und die E-Mail voneinander trennen und dann die Anlage auch löschen. In der E-Mail ist jetzt eine Word-Datei als Anlage dran. Wenn du diese Anlage aus der E-Mail entfernen möchtest, rechter Mausklick auf die Anlage und dann kannst du auswählen Anlage entfernen und die Anlage wird gelöscht, die E-Mail bleibt bestehen. Wichtig, zuerst die Anlage ins Dateisystem sichern und dann die Anlage löschen, damit nichts verloren geht. Ein weiterer. Das ist ein ganzes Teil. Ich bin das-Agein. Man kann schon mal alles auf den E-Mail, ich kann alles erwähnen. Ich kann das auf-dem-Mail wieder gut.